Ich rufe hierzu in die blaue Ringecke vom Fight Club Winners, Brichard und Bossen, Hermann, Simorina, Igor, Kanzler. Ich rufe seinen Gegner in die rote Ründecke von Pauk für Pauk München, Philipp Bradawicz! Rundecke von Pauk München Rundecke von Pauk München Rundecke von Pauk München Rundecke von Pauk München Langer Rundecke von Pauk München transaction Ende des Kampfes nach 46 Sekunden der ersten Runde. Beide Kämpfer in den Stand zur Mitte zu einer offiziellen Urteilsverkündung. Siege des Kampfes in der roten Räne. Der Weltgeld, bitte bereit! München, bitte bereit! Und bitte auf, um einen sportlichen Applaus für Igor Kantar! Untertitelung des ZDF, 2020